Wir blicken zurück auf beinahe 20 Jahre Erfahrung und Kompetenz in der Werbebranche. Begonnen hat alles in Rohrbach mit der Gründung der Werbeagentur Tower Trash im Jahre 1997 durch Harry Kriegner und Uli Kneidinger. Im Jahr 2001 folgte die Strobel Kriegner Group in Linz. Diese wurde gemeinsam mit Martina und Clemens Strobel etabliert. Seither hat sich einiges getan. Bereits ein Jahr nach der Gründung wurde die Agentur-Website mit dem Staatspreis für Multimedia und E-Business prämiert. Während das World Wide Web in Österreich noch am Anfang stand, dachte die Agentur damals schon digital, multimedial und online. Relativ rasch konnte sich die Strobel Kriegner Group als eine der wenigen Bundesländeragenturen einen Platz unter den Top 10 Agenturen Österreichs erobern. Einige besonders gelungene Projekte aus den Kategorien Print, Online oder Packaging wurden mit begehrten Werbetrophäen wie der Venus, dem Cäsar oder dem Prospect Award ausgezeichnet. 2014 wurde eine eigene Packaging Unit namens IMPAC gegründet, die noch im selben Jahr den Red Dot Award gewann. Erfolge sind natürlich auch dazu da, sie mit Mitarbeitern und Kunden ordentlich zu feiern. Dazu gab es im Laufe der Jahre so manche Gelegenheit. Das konstante Führungsteam der Strobel Kriegner Group hat die Agentur konsequent und erfolgreich weiterentwickelt. Zwischendurch ist aber auch jeder Chef mal eigene Wege gegangen, um seinen Leidenschaften zu frönen. Es gibt zwei Bereiche, in denen sich alle Leute glauben auszukennen. Das ist die Werbung, das ist die Gastronomie. Jetzt haben wir gedacht, wir sind in der Werbung halbwegs sattelfest, das probieren wir die Gastronomie. Mein Traum wäre, irgendwann mal ein eigenes Weingut besitzen und dann dort natürlich eigenen Wein zu produzieren. 2015 zog sich Clemen Strobel aus der Strobel Kriegner Group zurück, um sich mehr seinem Weinbusiness zu widmen. Der Kommunikationsprofi und leidenschaftliche Netzwerker Gerhard Körner stieg ins Unternehmen ein und brachte frischen Wind ins Agenturleben. Früher haben sie durch Werbung jemanden durch ein Plakat beeindrucken können, dass er was kauft. Das funktioniert nicht mehr. Sie brauchen jetzt eine Geschichte, eine Information, irgendwas rundherum. Und die andere Sache ist, es wird nach wie vor maßlos unterschätzt, was das Mobiltelefon für eine Bedeutung hat. Wir verwenden fast 25 Prozent unserer Zeit am Handy. Wir schenken dem Handy erst 8 Prozent der Werbegelder. Anfang 2016 stehen wir hier und ziehen eine Zwischenbilanz. Den Kinderschuhen der Werbebranche sind wir längst entwachsen. Aufbauend auf unserem Know-how und den bisherigen Erfolgen starten wir mit LUNIG 2 neu durch. Mit einem noch stärkeren Fokus auf strategischer Markenkommunikation. LUNIG 2 – Sinnmarketingmacher